Leise und diskret verschwindet das Schnabeltier in Richtung Freiheit. Wissenschaftler der University of New South Wales haben insgesamt zehn dieser eierlegenden Säugetiere in den Royal National Park südlich der Metropole Sydney umgesiedelt. Sie waren zuvor in anderen Regionen des Kontinents aus ihrem natürlichen Lebensraum entnommen worden. Seit mehr als einem halben Jahrhundert war in diesem Nationalpark kein Schnabeltier mehr gesichtet worden. Das soll sich nun ändern. Für uns ist es sehr aufregend zu sehen, dass Schnabeltiere in den Park zurückkehren, dass sich hier eine florierende Population etabliert und dass die Menschen aus Sydney kommen und den Anblick dieses erstaunlichen Tieres genießen können. Das Schnabeltier kommt ausschließlich in Australien vor. Durch die Zerstörung seines Lebensraumes und durch den Klimawandel gilt es als zunehmend bedroht. Schwer zu sagen, wie viele noch in freier Wildbahn leben. Es könnten 30.000, aber auch 300.000 sein, so Experten. Jedes der nun umgesiedelten Schnabeltiere wird zwei Jahre lang beobachtet, um zu sehen, wie es sich einlebt und wie es auf Ereignisse wie Trockenheit oder Dürre reagiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017